Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start, ihr könnt es einmal sehen, neuer Loading Screen ist da, ja in 24 Stunden geht es los, da kommt ein Mini-Release draus, unter anderem Ibrahimovic und Manja auf der linken Seite, wer könnte es sein, lasst mich gerne wissen, wen ihr da vermutet, außerdem heute am Start eine neue Spieler-SPC, wir reden über die Coutinho Squad Building Challenge und nicht nur das, wir haben auch neue Prime-Eigens, in PEX, ihr seht es hier einmal, Prime-Eigengruppe Nummer 2 ist draußen, mit Maradona, mit Ronaldinho, mit Cruyff, Rülhut und vielen, vielen mehr, blende ich euch hier gerne mal kurz eben ein, die sind auf jeden Fall jetzt in PEX drinnen und bevor wir rein starten ins Video, wisst ihr was zu tun ist, Support ist kein Mord, 500 Likes, gib mir WLC raus, jetzt hier am ersten Weihnachtsfeiertag bin ich auch heute wieder für euch am Start, gestern als Video ist richtig gut bei euch angekommen, Dankeschön auf jeden Fall für euren fetten Support, lasst uns auch heute wieder die 500 Likes voll machen, eure Meinung ist wie du hier mal gefragt, gerne reinschreiben in die Kommentare, allein für den Algorithmus, lasst gerne Watchtime da, lasst gerne Liebe da, egal ob mit einem Abo oder nicht, wenn ihr es noch nicht getan habt, jetzt passend ihr zu Weihnachten, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, das Ganze ist kostenlos und bekommt ihr täglich eure Dosis. Morgen wieder, ähm, Doppel-Upload, äh, morgen wird es wahrscheinlich die 1-Stunden-Version der League in SPC geben, da grinde ich eine Stunde mit euch die League in SPC, so wie ich das immer mache, leider heute kein Mini-Release rausgekommen, aber wir haben neue Prime-Icon-Packs, also ich würde sagen, wir ballern morgen ordentlich Packs, falls ihr dabei sein wollt, gerne hierbleiben, die Glocke aktivieren, um das nicht zu verpassen und außerdem, gestern habe ich euch im Video ja verraten, gestern drei Token, nicht zwei Token rausgekommen, der eine war ja richtig versteckt, heute gibt es auch neuen Token, den gibt es in einem kleinen Fein-Puzzle-SPC, also, falls ihr auch keine Token wieder verpassen wollt, wisst ihr, wo ihr hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle seid. Fangen wir aber mal an, und da haben wir, ja, gestern kam ja keins, eine neue SPC am Start, das ist Filipe Coutinho, den gucken wir uns natürlich gleich, äh, wenn es nötig ist, bei Football an, definitiv, drei Segmente sehen wir aber schon mal, und wir sehen, eine Woche ist er hier verfügbar. Wir sehen auch, relativ nice Spielerbild, Brasilien liegt natürlich immer nice, La Liga auch nice, Hochmittelarbeitsraten finde ich persönlich auch sehr, sehr nice, lasst mich, wie gesagt, gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen, äh, mich werde euch hier meine Meinung sagen, außerdem sehen wir ja, 5 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß, nice one, Brasilien-Link, wie gesagt, La Liga-Link auch sehr, sehr nice, und wir sehen, äh, dunkelgrüne Stats von oben bis unten, 90er-Beweglichkeit, 93er-Balance, das wirst du auf jeden Fall fühlen, bei 1,72 Körpergröße, da bin ich mir sehr, sehr sicher, 85er-Ausdauer, 85er-Ruhestat könnte höher sein, 92er-Freischussposition, die da auf jeden Fall auch auffallen, die EFE bei 97, dann muss ich sagen, hätte ich gern bei Abschluss ein bisschen mehr, Tempo, Sprintgeschwindigkeit 82 zu 93 Antritt, würde ich auch noch boosten, die Sprintgeschwindigkeit auf jeden Fall, und dann haben wir, wie gesagt, 86er-Schuss, 86er-Pass, 89er-Dripling, aber ich glaube, die Frage der Fragen ist, Flair bringt auch noch mit, Außenschutz auch, sehr, sehr nice, was sind das für drei Segmente, und das gucken wir uns jetzt hier einmal an, wir haben ein 84er-Greater-Squad, okay, das geht noch, 85er, und dann noch ein 87er-On-Top, macht das EA, weil sie wissen, dass das Futter momentan nicht wirklich hoch ist, 84er, 85er wird man drin haben, und wenn man ihn unbedingt will, dann wird man wahrscheinlich auch noch den 87er-Greater-Squad abschließen, ein bisschen viel, jetzt auf den ersten Eindruck, positiv, natürlich keine Special-Karte, die wir abgeben müssen, das müssen wir auf jeden Fall einmal so festhalten, eine richtig nice Geschichte, aber Freunde, oh, wir kommen bis zu einem Megapack, 35k-Sets, und relativ kleine Feindesets, aber auch 37er, 35k-Sets, ist auch ein Mindest, Mindestding, was wir da auf jeden Fall bekommen, ja, Coutinho ist am Start, wir gucken gleich mal rein, bei Footbill, wie gesagt, ob schon ein Preis da ist, aber ich glaube, jetzt auf den ersten Eindruck, gibt es viele Alternativen, ich denke so an Fekir und Co., gerade im ZOM, wo man überlegt, mache ich die SPC oder nicht, aber gleich mehr dazu, und zum Vergleich, die Laie ist natürlich auch wieder am Start, sehr, sehr wahrscheinlich, aber nicht nur das ist da, sondern auch wieder natürlich ein neuer Token, den wir jetzt hoffentlich schon nicht schon verpasst haben, aber haben wir, wir gucken nochmal gerade rein, ich glaube, auf der zweiten oder dritten Seite ist er, Panda 4, McLoir, da ist er doch, hier ist sie doch, die Griffin-Token-Geschichte mit einem seltenen Mission-Spieler-Pack in klein, ich glaube, das hat kein Coins-Wert, wir gucken mal rein, was die SPC kostet, zwei Segmente, wir bekommen hier den Bonus-Token, so muss es sein, das also jetzt hier insgesamt nach den drei neuen, heute ein weiterer, frischer, neuer Token, und dann fehlen noch, wie viele fehlen noch, Freunde? Ja, Freunde, wir haben gerade mal nachgezählt, also insgesamt sind wir jetzt hier bei 17. Token von den 25 Stück, die rauskommen, 17. Token, also heute an diesem 25.12. Morgen kommen ja die Rewards, morgen Abend, also da werden wir auch gemeinsam mal drauf schauen, wie es dann aussieht, und, ähm, ja, 65er Greater Squad brauchen wir hier, vier seltene 80er Team Chemie, Spieler aus einem Verein maximal drei, Spieler aus derselben Liga maximal fünf, Länderregion mindestens zwei, und ich fülle euch das Ganze mal eben auf, und dann gucken wir rein, was im Set drin ist, let's go. So, Freunde, da haben wir das Ganze ausgefüllt, unten in der Verteidigung, und auch im Tor bin ich mit der englischen vierten Liga gegangen, dann auf der linken Seite vorne hin bis zum Sturm mit der englischen dritten, und dann einfach ein random untradeable aus der norwegischen Liga hier genommen, wie gesagt, easy game, 80 Team Chemie bekommt ihr hin, 85er, weil ich jetzt 65er Team Chemie, punktgenau reicht, seltene braucht ihr, wie gesagt, mindestens vier, und wir gehen das Ganze jetzt gerne nochmal durch, alles Erstbesitzer, nehmt bitte eure Erstbesitzer, gebt keine Coins aus, einige sind für mich auch hier auch untradeable, wie ihr eben gesehen habt, auch er beispielsweise, Berinho, als seltener, oder hier LMMZ, oder Megidi am Start, also gebt das gerne ab, was ihr im Verein habt, und welche Liga ihr geht, ist komplett egal, 65er Rating, easy game, Wildcard Token, im Endeffekt for free, muss man sagen, wie es ist, und das Set, Freunde, es ist wirklich umsonst, es ist wirklich umsonst, ihr könnt euch natürlich überlegen, das Set auch gerne aufzusparen, bis dann morgen der erste Mini-Release kommt, ich weiß nicht, ob morgen nur einer kommt, und dann relativ viele, was aber natürlich schon am Donnerstag aufgefallen war, ist die Tatsache, dass wirklich wenige in Team Nummer 2 sind, und deshalb glaube ich, dass auf jeden Fall morgen mindestens fünf Spieler im Mini-Release auf jeden Fall am Start sind, wir warten es ab, und morgen wissen wir mehr. Hier sind jetzt aber zwei Bronze, zwei Silber und zwei Gold drin, und wir gucken rein, das war was Goldes ziehen, hoffentlich vielleicht das ein oder andere in Bezug auf Ligen-SBCs, Walkout natürlich schon mal nicht, aber hier englische zweite Liga beispielsweise, seht ihr hier, als wenn er 9000 kostet, alles klar, ja, aber er ist auf jeden Fall was wert, belgische Liga haben wir auch direkt am Starten, ein RM nehmen wir natürlich auch gerne mit, englische Dritte nehmen wir auch wieder mit, und hier natürlich jetzt auch gucken, je nachdem, was ihr zieht, positionsmäßig gesehen, ihr seht ihn Kollegen ja fast schon, könnten wir jetzt aber hier ganz entspannt für 200 verkaufen, der wird weggehen, gerade durch die SBC, die eben rausgekommen ist, und damit jetzt los, und let's go zum Footband. So Freunde, da ist Coutinho auch direkt am Start, als neuer Spieler, wir gucken rein zu den Squad-Building-Challenges, und da sehen wir, die Lai-Geschichte ist am Start, alles klar, und Coutinho, hier kommt, oh mein Gott, sehr negativ, 200k, oh mein Gott, okay, 200k gebe ich halt echt nicht für ihn aus, 200k gebe ich einfach, nee, also Freunde, für mich sind 200.000 Münzen zu viel, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber 200.000 jetzt auf, nee, 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 für die, nein, ich meine erst 4 Sterne, 5 Sterne, aber nein, oder, Freunde, gestern kam keins, auch natürlich 4 Sterne, 5 Sterne, hier die Token-Geschichte natürlich auf jeden Fall, mitnehmen, das ist gar keine Frage, aber ihr seht schon, das sind die einzigen 3 Squad-Building-Challenges, in Anführungsstrichen 2, die heute rausgekommen sind, und ich meine, er sieht, es gibt so viele Alternative, er sieht so aus wie alle anderen, ja, er hat 4 Sterne, 5 Sterne, guckt es aber euch an, 93er ZOM, wie viele Karten haben wir in letzter Zeit gesehen, die genau auch solche In-Game-Sets haben, ich meine, nice, Agility und Balance, er ist klein, er wird sich wahrscheinlich richtig nice mit dem Flair anfühlen, ja, versteht mich da nicht falsch, aber gebe ich jetzt, zu diesem Zeitpunkt, 200.000 Münzen aus, ich meine, ich habe vielleicht auch alles im Verein, aber, also, wenn ich nicht unbedingt muss, hole ich ihn, glaube ich, nicht, wir können ihn mal gerade, ja, vielleicht gehen wir sogar in die La Liga direkt rein, und suchen uns jetzt mal positionsbedingt, direkt in der La Liga, um in der La Liga einfach mal zu bleiben, Alternativen raus, Modric beispielsweise, ja, ist ein gutes Beispiel, ja, er hat 4 Sterne, ja, 4 Sterne, wenn ihr den jetzt gezogen habt, untradable haben solltet, nutzt ihn, nutzt ihn einfach, anstatt jetzt hier einzunehmen, und dann hier, wie gesagt, die 4G SBC ist so ein anderer Kandidat, günstiger SBC gewesen, 4 Sterne, 4 Sterne, kleine 4 Sterne, 5 Sterne, aber 4 Sterne, 4 Sterne, reicht völlig aus, der mit einem Deadeye, 93er ZOM, ja, da reicht auch komplett aus, Engine auch 91er ZOM, hier, 99er Balance, 90er Agility, also bleibt da gerne bei einem Fegi jetzt zum Beispiel, äh, und, ja, macht da jetzt, wie gesagt, keine komischen Dinge, vielleicht habt ihr ein Lorente, Caprué ist ein nicer, ZDM vielleicht eher, weil Werde, wenn auch so eine Sache, da können wir vielleicht drüber reden, ähm, mit seiner Geschichte, mit den 4 Sternen, 4 Sterne, mega nice, also auch da, die Alternativen sind da, vielleicht habt ihr Condorbia gemacht, die Delaney-Geschichte, mit dem, mit dem Informer sozusagen jetzt am Start ist, da gibt es genug Alternativen, da gibt es wirklich genug Alternativen, um jetzt hier ein Coutinho mitzunehmen, für mich persönlich ist er zu teuer, Brasilien-Link nice, Barcelona-Link auch sehr, sehr nice, 5 Sterne, 4 Sterne, alles nice und alles schön, persönlich für mich aber keine 200.000 Münzen wert, ich bin gespannt, was eure Meinung ist, zu dieser Squadbuilding Challenge, lasst mich das gerne wissen in den Kommentaren, und, äh, ja, wie gesagt, morgen bin ich auch wieder mal am Start, täglich gibt es ja euren Content, falls ihr also nicht mehr rund um FIFA 20, verpassen wollt, kann ich euch noch eins wärmstens ans Herz legen, ähm, hier ein Abo da zu lassen, ich würde es freuen, wenn wir uns hier täglich sehen, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen in alter Frische wieder, morgen gibt es ordentlich Videos, zwei Videos wieder, und, äh, damit bis morgen, euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.